Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition, voller Elan. Ja ne, ich bin gerade wieder ein bisschen drin, deswegen passt das. Wir sind jetzt schon wieder weiter vorgerückt durchs Nichts, da sind wir jetzt doch schon eine ganze Weile drin. Bisher ist nichts passiert. Ja gut, der war scheiße. Jetzt bin ich gerade dabei, die letzte Angst zu besiegen. Es geht um eine Scholarin der Kirche, die damals eine der ersten Wächterinnen wohl war, laut ihrem Tagebuch. Sie aber verzweifelt nach Möglichkeiten sucht, einen Dämon zu erschlagen oder gesucht hat. So, und bei der Suche dahin haben wir das hier gefunden. Oh, warte, da funkelt es noch. Ah, Fläschchen mit Blut der dunklen Brut, genau. Im Prinzip ist das ja das, was dann praktisch die, äh, ja wie soll ich sagen, die grauen Wächter als Aufnahmeritual nehmen. Sie nehmen ja im Prinzip die Verderbnis in sich selbst auf. Letztlich, ist leider so, sterben sie irgendwann daran. Aber, äh, es ist halt, ja wie soll ich sagen, ein elementarer Bestandteil. Sie immunisieren sich praktisch erstmal damit, gegen die Verderbnis und können somit gegen die Gegner der dunklen Brut kämpfen. Aber wie gesagt, irgendwann früher oder später gehen sie halt trotzdem dann über den Jordan. Und da haben wir es geschafft, oder? Ah, das will ich jetzt mal ganz kurz checken, aber es müsste eigentlich die letzte Quest von der Dings da sein. Warte mal, das Nichts... Wirkt die Belohnung des Träumers. Okay. Ach, das hier oben, oder was? Oh, Alter, ist das ein Hin- und Hergerenne. Okay. Immerhin wird es mir angezeigt, netterweise. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Vielleicht schaffe ich es dann sogar, da hinzufinden. Ah, das interessiert mich jetzt schon, was das hier ist. Wen nehmen wir denn da mal? Das sind alle... Gibt es auch einen für mich? Ne, nur für die Begleiter, ne? Oder sind das Ängste derer... Ängste jener, die eben mit mir unterwegs sind. Dorian, Versuchung, Cassandra, Hilflosigkeit. Varric wurde wie seine Eltern. Warten wir mal, Vivienne, Unwichtigkeit. Äh. Okay. Und wenn ich jetzt auf sie switche? Auch nicht. Hier kann es gar nichts machen. Aber das sind im Prinzip Ängste von meinen Begleitern. Und ich glaube, man kann das so interpretieren, da die alle praktisch jetzt auf diesem Grabstein stehen, soll das praktisch bedeuten, dass die... ...werten Damen und Herren Kompadres von mir ihre Ängste bereits überwunden haben. Und diese liegen nun begraben unter der Erde. Boah, ist das geil gewesen, oder? Ja, hier, richtig philosophisch, die Metapher irgendwie entschlüsselt. Also was anderes würde mir jetzt nicht einfallen. Außer es passiert jetzt noch was mit der Quest und ich lieg komplett falsch. Aber ich behaupte mal, da kommt nix weiter. Das ist einfach nur so ein kleines Gimmick, was halt viel Raum für Interpretation natürlich lässt. Ich find solche Sachen eigentlich immer relativ geil, weil da kann man dann echt nachdenken und mal kurz überlegen. Und vor allem finde ich immer interessant, zu erfahren, was andere davon denken. Dass man mal so ein bisschen so einen Meinungsaustausch hat. Könnt ihr auch mal einen Kommentar dazu ablassen. Würde mich freuen, weil... Mal sehen, wie ihr das seht. Also ich interpretiere es wie gesagt so, Ängste, die überwunden sind und dadurch praktisch begraben wurden, im übertragenen Sinne. Ah, da wird jetzt wohl kein Zettel unter der Erde liegen, wenn man ausbuddelt, wo Angst draufsteht oder so. Oder Pups. Ja, letzteres wohl erst recht nicht. Nee, aber im Ernst, äh, finde ich cool gemacht. Na, also... Was? Ach, schon wieder. Ach, komm, die haut auch eh wieder ab. Ach, jetzt kommen die Spinnen wieder. Der Erbauer. Ja, genau, so siehst du aus. Oh Gott, ich hänge hier fest in der Ecke, deswegen. Ach Gott, was bist du denn für einer? Ein Dämon der Verzweiflung. Ich zeig dir mal Verzweiflung. Haha, Idiot. Hättest du es mal gelassen. Achso, ich muss die Barriere durchbrechen. Okay, was aber, wenn ich erst die Belohnung haben will? Ist ja die Frage, ob man da überhaupt hinkommt oder ob man sowieso durchs Tor muss. Naja, gut, okay. Jetzt wird eh gekämpft gerade, jetzt habe ich keine Zeit für sowas. Mal kurz auf Maric switchen. Vergiss mich, deinen Heidrang zu nehmen. Mach ich's halt für dich, wenn du zu doof bist. Ich dachte, ich hätte die so eingestellt, dass sie möglichst wirklich, wenn's nötig ist, die Dinger ziehen. Man kann ja ein Limit setzen, ne? Dass er aufhört, welche zu benutzen, wenn nur noch zwei vorhanden sind oder so zum Beispiel. Aber ich glaube, das geht nur bei den Tränken, bei denen sich die ganze Gruppe praktisch den Vorrat teilen muss. Also die Regenerationstränke zum Beispiel. Weil Heiltränke hat eigentlich jeder für sich und Mana-Tränke. Ne, da kommst du gar nicht hin. Okay, ja, dann muss ich sowieso durchs Tor. Dann ist doch gerade egal. Gut, dann töten wir weiter. Töten wir tot. Das kann ich. Na sowas, er ist tot. Wie schadet. Das tut mir jetzt aber leid. Das ist Level 3 Gegner, ist das euer Ernst? Kommt das noch ein Level 1 Kaninchen oder so? Oder ein Warzenschwein mit Level 2? Ja! Oder die schäckigen Eber. Im Wald von Elvin. Das war's, ein Hardcore-Insider. Na, wenn ihr WoW kennt oder die South Park-Folge, dann müsst ihr wovon ich rede. Okay. Ihr müsst durch den Riss, Inquisitor. Geht hindurch und schlagt ihn mit aller Kraft hinter euch zu. Das wird die Dämonen-Armee vertreiben. Und diese Albtraum-Kreatur in den hintersten Winkeln des Nichts verbannen. Okay. Immerhin haut's jetzt mal nicht mehr sofort ab. So, was ist es, die Belohnung? Essenz der Perfektion. Bin ja mal gespannt, was ich mit dem Ding anstellen kann. Wehe, das ist das Geld nicht wert. Ohne Witz. Mach mich hier zum Affen und krieg was, von dem ich keine Ahnung hab. Ja, sie verschwindet nicht mehr sofort, ne? Die letzten Male, wenn wir sie irgendwie in der Nähe hatten. Jo, ich geh dann mal. Mach's gut, ihr Idioten. Ach Gottchen. Äh. Was zur Hölle ist das denn? Äh. Oh mein Gott. Was ist das? Das ist ja widerlich. Das sieht aus wie so ein Mega-Zerk aus Sarcraft. Oh mein Gott. Ich bin so im Arsch. Ort des Albtraums. Ja, das trifft's, glaube ich. Bäh. Wer bist du denn? Der ist mir doch gar nicht aufgefallen. Ist das der, der so schreit? Und bitte sagt Liliana, verzeiht. Auch ich ließ euch im Stich. Äh? Äh. Oh. Äh. Äh. Ah ja, Aspekt des Albtraums. Ganz nett, dass Kerl, wie's aussieht. Okay, aber sie hat... Ach, alter, du Schnauze. Wir sind höchstens im Nichts. Ja, das hast du gut erkannt, du Knallkopf. Ah. Bleibst du jetzt mal stehen? Danke. Die hat gesessen. So, was wollte ich sagen? Wir sind höchstens im Nichts. Das hast du sehr gut erkannt, du Knallkopf. Aber für einen, der schon so lange hier rumschimmelt, so wie der aussieht, sollte das ja eigentlich keine neue Erkenntnis sein, oder? Euer Boot wird qualvoll sein. Okay. Äh. Wo ist er hin? Ach so, wir hauen erstmal ab und lassen diese belöden Spinnen wieder die Arbeit machen. Ja, das haben wir ja gerne. Ich selber auch nix geschissen, der Typ, oder? Wo ist er hin? Ach, da ist der Knirch. Guck mal hier, ich hab ne Überraschung für dich, du Vollidiot. Warte, er läuft einfach raus. Das war's aber nicht schön. War das überhaupt die richtige Fähigkeit, davon abgesehen? Wahl des Risses muss ich nehmen, nicht den Sohn. Das ist es. So, mein Freund. Tut's weh? Ich hab noch ne Überraschung für dich. Ja, okay, der gewünschte Effekt ist nicht ganz eingetreten, aber es hat schon ordentlich weh getan, glaub ich. Ich labe mich an eure Angst. Welche Angst? Du gehst mir nur auf die Nerven? Angst hätte ich, wenn du, keine Ahnung, 10 Level über mir wärst, bist du aber nicht. Also 15, also bitte. Pilatz. Genau. Hört doch mal auf das, was die Leute sagen. Sterb-Dämonen. Och. Hat da einer versucht, aus der Starz-Zone rauszulaufen? Okay, warte. Wachst du's mal, die Flammenruhne? Dein Ernst? Ah, ne, er hat's getroffen. Idiot. Ach, das ist schon der mehr abgehauen. Oh. Oh. Das muss aber nicht sein. gut erkannt. Aber können wir nicht einfach alle bleiben? Das ist jetzt echt mies. Wie entscheide ich mich? Hawk ist cool. Ich kann ihn noch nicht sterben lassen. Ach, scheiße auf die Wächter. Hawk ist ein Magier. Stroud. Abmarsch. Es war mir eine Ehre, Inquisitor. Leckwoll kann den Orden aufführen. Ich würde es ihm ja schon wünschen, davon abgesehen. Aber das Risiko, dass Hawk stirbt, wollte ich auch nicht eingehen. Ich bin ja mal gespannt, ob wir Stroud jemals wiedersehen. Wenn's dumm läuft, habe ich soeben den Orden der Wächter kaputt gemacht. Naja. Hm. Blöd, ne? Endlich wieder draußen. Sie hatte recht. Ohne die Kontrolle durch den Albtraum sind die Magier frei. Und Korypheus verliert seine Dämonenarmee. Soweit es sie betrifft, hat allerdings der Inquisitor den Bann dank der Gnade des Erbauers gebrochen. Hm. Tja. Keine Ahnung. Ja, das obere, oder? Sobald Sie erfahren, was wirklich geschehen ist. Ganz ehrlich, nach all dem Tod, den Sie mit angesehen haben, wäre es vielleicht besser, Sie an die Legende glauben zu lassen. Inquisitor, der Erzdämon ist in dem Moment weggeflogen, in dem ihr verschwunden seid. Der Venatorimagister ist bewusstlos, aber am Leben. Kallen dacht, ihr möchtet euch vielleicht selbst mit ihm befassen. Die überlebenden Wächter sind in Gewahrsam. Ja, der klägliche Rest von uns. Wir ergeben uns euch bedingungslos. Wo ist Stroud? Hm, naja. Ja, das stimmt. Wächter Stroud gab sein Leben im Kampf gegen einen Diener der Verderbnis. Wir werden sein Opfer ehren. Und nie vergessen, dass er den Idealen der Grauen Wächter treu geblieben ist. Selbst als Korypheus und seine Diener versuchten euch alle von innen heraus zu vernichten. Inquisitor, kein Ranghoher Wächter ist noch am Leben. Was machen wir jetzt? Hm. Okay, ich habe die Wächter kaputt gemacht, glaube ich. Oh, scheiße. Nö, wir behalten sie. Ihr bleibt und tut alles, was ihr könnt, um zu helfen. Stroud starb für die Ideale der Wächter. Siegreich im Krieg. Und noch sind wir im Krieg. Denkt ihr, die Wächter können uns immer noch helfen? Ja, euer Gnaden. Ihr seid weiterhin durch Korypheus und vielleicht auch seine Venatori manipulierbar. Aber es gibt reichlich Dämonen zu erschlagen. Nach all dem wollt ihr ihnen wirklich noch eine Chance geben? Werft ihr diese Narren jetzt Dämonen entgegen, mein Lieber? Könntet ihr nicht einfach Steine benutzen? Und während sie das tun, berichte ich den Wächtern in Weishaupt, was geschehen ist. Sie müssen gewarnt werden. Habt Dank, euer Gnaden. Wir werden euch nicht enttäuschen. Viel Glück, Inquisitor. Es war mir eine Ehre. Und passt mir gut auf Varric auf. Was hätte ich tun sollen, eurer Meinung nach? Ihr habt Stroud geopfert, mehr oder weniger. Dann kann ich nicht den kompletten Wächter-Orden auch noch zerschlagen. Irgendwie muss ich das ausgleichen. Ich habe hier Hawks letzten Bericht. Er ist unterwegs nach Weishaupt. Was die grauen Wächter angeht, sie bekämpfen Dämonen und rote Templer, keine weder Tori. Ihr habt Korypheus einen schweren Schlag versetzt, Inquisitor. Viel davon verdanken wie Stroud. Und der Göttlichen. Ja. Korypheus hat eine Armee verloren, aber das spielt keine Rolle, wenn Orlais ins Chaos stürzt. Alle Vorkehrungen für den Ball in Halam-Giral wurden getroffen. Sagt Bescheid, wenn ihr aufbrechen wollt. Okay. Was genau wissen wir über das Komplott gegen Selene? Die Venatori planen einen Angriff auf den kaiserlichen Hof. Vielleicht führt Korypheus auch den Konflikt zwischen der Kaiserin und ihrem Vetter, Großherzog Gespart. Waren wir Selene, könnte sie eine wichtige Verbündete gegen Korypheus sein. Okay. Machen wir aber jetzt nicht. Ich breche auf, sobald ich kann. Gut. Ich bespreche mit Cullen und Josephine, wie wir euch eine Audienz verschaffen. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Ja, das werde ich dann wohl. Wie war sie? Göttliche Justinia. Ihre Seele, der Geist, der ihre Form annahm. Ich kenne euren Bericht. Er ist nicht klar, aber... Tja. Ja, das trifft's. Sie hat nie frei herausgesprochen. Ich hätte mehr klare Antworten und weniger Selbstfindung gebraucht. So ist es vielen Leuten ergangen. Sie bat mich aber, euch etwas zu sagen. Sie sagte... Verzeiht. Auch ich ließ euch im Stich. Oh. Ich sollte das hier erledigen, bevor ich es vergesse. Lasst uns das später besprechen. Danke. Schwester Nightingale. Okay. Na, dann sind wir doch schon mal ein gutes Stück weitergekommen. Komm. Ist natürlich jetzt krass. Gut, wir können nicht zu 100% sagen, dass Stroud wirklich tot ist. Die Frage ist nur, wie soll er jemals aus diesem Wahnsinn rauskommen? Ich hab keine Ahnung. Naja. Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir es heute erstmal gut sein. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung kundtun, wie ihr euch entschieden hättet. Auch das ist wieder so ein interessanter Punkt, wie das beim letzten Mal mit der Interpretation und so. Aber für mich war es die logische Konsequenz. Hätte ich Stroud am Leben gelassen, dann hätte ich sie rausschmeißen können. Aber ich wollte den Wächtern nicht einen Doppelschlag verpassen. Das ist dann auch nicht mehr schön. Gut. Die haben Scheiße gebaut. Die wurden manipuliert und haben sich da ein bisschen verleiten lassen. Aber im Prinzip habe ich jetzt versucht, den Schaden in den Reihen der Wächtern, sage ich jetzt mal, möglichst gering zu halten. Deswegen habe ich so entschieden, wie ich es eben getan habe. Gut, Freunde. Für heute war es das. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Schreibt was in die Kommentare. Wie gesagt, Meinungen sind gern gesehen. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Fleißig teilen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Und bis zum nächsten Mal.